Sion, 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 Sion Du wirst wahrscheinlich gegen Diana auf der Top spielen Echt? Ja, Sion wird Support gehen Tink ich mir schwer, ja Weil Diana als Support weiß ich nicht Ja Jaramus Smite hat Wenn es Sion ist, dann fange ich lieber mit Dort und Schild an Ich vermute mal Diana Top Kann auch Zed sein, aber ich denke mal Sion wird definitiv auf Support gehen Okay Zed muss doch Mitte sein Zed kann auch Top Wenn Zed Top ist, dann können wir tauschen, wenn du magst Ist es egal, also Ich muss gegen Zed eingekauft Alles klar, ja, wenn du gegen Zed eingekauft hast Ich will gegen ihn spielen, also ich weiß nicht Mit Annie komme ich nicht in den Hektar Aber mit Ariana muss ich auch noch Lose Armor an Ich habe letztes Spiel Ornn gezockt gegen Blasimir Und? Also den Champion of the Cool Den sollte ich öfters mal spielen Oh Gott ist super Oh Gott Ohren Ohren Der mit dem riesen Widder Jaja, ich weiß schon wer Ornn ist Ich finde, was die Leute noch wissen sollten ist Jion ist Jion ist ein koreanischer Mädchenname Ich vermute Dass da irgendeiner von denen Oh Jion ist Toplane Ja Jion Toplane, okay Okay Dann wird es wahrscheinlich doch Diana Support sein Ich habe ein Gain in der Mitte Dann wird es schwer Dann wird es schwer auf die Brotlane Diana Support ja Das wird schwer Was wird schwer? Die Brotlane Also Das wird ein Problem Weil die Spiel nicht Support Spielt eher Auf Damage Ja, die hat auch in Dorans Ring gekauft Ja Die werden sich wahrscheinlich gegenseitig dem Farm klauen Das wird vielleicht unser Vorteil sein Ja, das stimmt Ach komm Sichert es für das Blatt Das ist so ein Spaß Ah Ey Sorry Ein Ramos ist hier Oh, da ist Low Oh Ja, kein Flash Ja Jion kommt? Also, okay Weg Ramos ist hier auf der Toplane Aber der ist Low Ja, aber der ist Low Ja Also, der wird nichts machen Die Brotlane kann ich nicht engagen, ne? Nee, nee Oh, der Job Teleport rein Ich kann nur XP leachen Diana geht aber Back Und er baited Ich denke, er hat baited Ja Sehr schön Ja Dank mich mir Dank Diana Tristana Sehr schön Sehr, 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 sehr Das ist mit Ja Gehst du rein? Gehst du rein? Nee, hätte ich nicht vorgehabt, aber er war gut Ach so, okay, na dann Den hätte parkieren können Auch zum Ramos, gell? Ja Ja, da Ja 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 Oh, jetzt hat er ja noch Support-Item Oha Ja, hab ich gesehen Das ist einfach hocken Achtung Rammuz Ja, Rammuz Ich hab's hier aus meinem Q geholt Nein Was? Wie denn? Ich stand da, Minion war da Ich war grad Minion am Hit nach Hooks in dem Moment Ach so Dann nehm die Tristana noch Engage die, engage die Ja Die habt ja noch Die hat kein Flash mehr Egal, die ist tot Schön Danke dir, ich danke dir Kein Ding Kein Ding Ach, weil der Z mit der ist Bisschen nervig gerade Ja Ja, Stundenglas rushen Mach ich ja auch Ich mach halt nichts anderes Nimm alles Blue Ja, sofort Ich will die Wave noch drücken Hier ist Rammuz Level 4 Ja, Level 4 Soll der Blue durchkommen Ich hab Hälfte bis 6 Seid mir, wenn nix Blue, ne Jetzt Ja Ich bin aufm weg Na normalen Klingt gut drin Mäu ich seh nix? Ja, ich auch nicht Reset Reset Geh, oben rum Also hier ist ein Rosett Ist, ist gut Er ist, ist gut Er ist wieder Mitte Ja Der kann mich nicht so einfach killen Das geht nicht Ist gut Bei Minions noch, dann hab ich 6 Das ist miss Das ist miss Das ist miss Der, der, der hat Ignite, ne Wenn du das wisst Alles klar Ja, die haben komplett Ignite Auch Diana hat Ignite Und Sion hat, glaub ich Exhaust Ja, genau Achtung, Rammuz 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 Ach komm, das war doch im Tower Rammuz 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 Naja, kein Thema Auch noch ein Auto hinter hinten Ich werde ihn ulken können es ist nur spot was ist der bier ab wir mussten stoff einfach muten das besser ich will auch nicht und den ja dann kriegst du den nicht du wirst recht haben er hätte sofort unten müssen dann kann er nicht ausgleichen vielleicht ist raus schon etwas ja was geht werde besser klar jetzt haben wir noch nicht die wort mehr komisch mit dem ist mit dem ist ich komm ich bin über beck der jenna hat ulti geht schon wieder oder nee soll ich für den stil aber ja die pasche das mit dem ist ich komme da bleiben wenn es was hilft also ich muss weg ja dann halte ich die Lane wo ist der? in geht's den? das hier? also ok vielleicht kann ich ja was mit der designer machen das hat sie in ward ne? ja das hat sie in ward ne? ja ja genau der setz hat ja auch ein ward gemacht achten grammus ja kommst du weg kommst du weg du musst weg ja ich komm schon weg hier ist ein mord vorsichtig die verfolgen ich immer noch ja ne jetzt haben wir kein bock mehr ja du hast ja mein schild ja danke ok ok vorsichtig die könnten hier ins top gehen ne? die könnten ja die sind hier vorsichtig und blue? ja ja ich bin weg ich bin weg seit mitte folgt mich jetzt bist du hier? ja oooh ok ja vorsichtig wenn er holt ihn ja die wird das Ding nutzen genau nicht das gesundheit sorry ich hatte viel ulti sonst hätte ich dir rettet aber du hattest nicht den blue waff ne? ne blue waff ist noch ab das ist da einer flash ach du vielleicht kann das Z-Bot kommen da ist miss kommst gleich zum blue waff dann ja oh fuck ja ich hab vergessen dass der seine Ulze hier hat ich dachte ha der hat kein Z-Bot ich komm da nicht dran dankeschön ja mein Bart du die ist ja ätzender als gedacht die Zeit ist hier im Weg ja da ist jeder weg Mitte miss Ramos Mitte die ramos Mitte hier gewartet haben scheiße gar nicht schlapp naja mein Bart ist auch weg Ich hole die gleich E Oh schade Nee, die Ehe kam nicht mehr durch. Fuck. Ich war schon beim Casten von der Ehe und dann tot. Oh, fuck. Oh, 6-1. Setel, komm weg. Probier doch einfach auch mal, Set. Vielleicht liegt er dir auch. Ja, Sion ult. Ist klar. Da war ich hier und kann irgendwie voll die Rechtskurve machen. Ja, da muss sein, sein Speed ist klasse, finde ich. Aber dass du eine Rechtskurve hinlegst, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich habe zwar keine Ult, ja, aber wir können reingehen. Ja, geht fort rein. Ja, ich habe Diana auf mir. Volt, hier hast du gleich wieder, ne? Ja, in 3. Brauche ich nicht. Sehr schön. Wer ist denn los? Ah, Drake? Ja. Set das Mist, bitte. Ne. Mana. Lass mir auch mal ein bisschen was für Heal. Ah, scheiße, sorry. Zu spät gesagt, tut mir leid. Wie ist das? Rammus und Brian, also Rammus bewegt sich hier. Ja, geht da weg. Ja. Da kommt er wieder mit Übergeschwindigkeit. Nein. die wollen nicht vor dem mittel nom nom der flash up vier sekunden bis hook achtung jana kommt ja das kommt meine rötchen noch ab ich habe 14 heute bis ulti und ich habe auch wieder siegs ab der bolche noch an einem minuten aber haben wir das ist gut sein nicht allerdings können hier steht der z ich stehe für die bot der z stand da drüben ok macht ihn noch was die noch achtung seite ist hier die kombat die eine flash raus ich weiß doch nicht wieso aber gut dieser speed ist einfach nur schade man hat mal noch ab schon draußen gehört das ist wie zogert der z pusht jetzt den bot tower ich gehe da oben hier auf top oder du gehst da oben ich bin da oben mit ich bin da oben mit hier hmm warte bevor du fahren da entgegen so komm komm rein da rein da rein da rein da nicht weit noch nicht was einfach in der welt noch ein bisschen auf war und der strad über uns jetzt aber werden sollten wir ja ja schlecht wenn wir zusammen zum bergen gehen ja aber wir haben keine worte ach so und kam ich hab ulti ab ich muss da raus leute ja ja alles gut ist da eine ulti raus z kam von da was ist los mit ihm nice ich versuche mal den top tower noch zu bekommen mhm das ist gut wow diana what the fuck macht wie viel damage oh god die hat mich gerade gesnackt eine support die Arne ja kein witz jetzt ja ne die hat ja ziemlich viele AP items gekauft ja 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 ne das ist wir haben ja wir sind schon hier hin rein Ich kann nix machen. Ich habe Ulti. Wenn der dann mit 1000 Movementspeed ankommt. Ja, Ramos ist einfach krank. Mit MF kann es dann auch nicht ausreichen. Das macht einen mal Flash. Der hat auch noch. Du musst halt sehen, Ramos spielt mit Dings, spielt mit Predator Mastery. Das heißt, der hat super Speed. Das ist ja das, was dann so arg weh tut. Und wir können jetzt... Aber nicht einfach so killen. Good job. Und Blue ist ab. Ich komme. Ich glaube, der ist schon weg. Hm, schade. Ne, ist doch da. Na, du hast Blue. Oh, sorry. Na? Sorry. Ja. Keine. Ne, kein Thema. Das hier. Das Spiel. Wo ist ein Set? Das ist die Frage, gell? Ja. Das Set habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ihr Tauber habt CP. Okay. Ich habe Ulti ab. Aber lasst euch trotzdem nicht catchen. Soja, und ist hier. Ich mein Set hätte schon auch kurz gesehen. Oh, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ja, Ignite. Kommen wir von hinten? Nice. 2 für 1, ja? Die machen wir jetzt nicht ins Nikki Bar, oder? Könnte uns passieren. Glaube ich nämlich auch. Ne, das ist alles hier. Ist hier. So. Und Drang können wir machen mal den. Ja, endlich mal. Der erste. Weil keine Macht Drang ist. Das ist eigentlich. Unnormal. Eigentlich schon ne? Kannst du mal gucken. Wir haben es ja eben versucht. Ja, immer nur das Pinky von eben. Ein Ramos kommt da her. Oh, das gibt es ja nicht. Von Steelton er auch noch. Jetzt war ziemlich alleine, Andi. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin schon wieder auf dem Retourweg. Wow, ich hab 5 Kills. Ne, da kann ich nicht bleiben. Ulti ist ab. Auf dem Top. Prospekt. Das gibt's ja nicht, ey. Was ist denn das? Entschuldigung. Bis da, genau. Ja. 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 Wollt ihr da engagen? Mit mehr Verdulti? Können wir machen. Komm, komm rein. Boah, schön. Mitte. Mitte, dann können wir barren. Ja. Das war jetzt echt cool. Ich habe meine Ulti noch. Die war irgendwie nicht nötig. Die waren zu schnell tot. Ja. Du wolltest noch einen mit Tower nehmen, ja? Ja, wir brauchen Tower. Ja. Ich bin eigentlich auch für den nächsten, oder? Ja, bis zum Inheben. Tank jemand, tank jemand für die Minions. Reichen die nicht? Bad. Oh, die reichen schon. Ja. Und Dana wieder ein 2. Diana lebt jetzt auch wieder. Und weg. Ja. Wir können nur noch Nashor Wards aufsetzen, bevor die den jetzt machen. Ja, klar. Ja, mach nur. Wenn der da ist. Ich habe 15 Sekunden auf mein Ward. Ne. Wir hätten die jetzt ja noch trappen können, guck mal. Jetzt kann ich... Ja, ich brauche da nicht rein. Ich habe ein 8 wieder Ulti. Kommt Ramos. Der will nicht falten. Oh, schön. Das ist keine andere Möglichkeit. Ja. Der muss falten. Äh, Z ist Botlane. Ja. Jetzt könnten wir uns nichts machen, Baron. Ja. Denk auch. Denk auch. Ja. Den schnellen. Komm. Warte, ich geh mal in Base, also... Ja, mach... Machst du die Botlane. Ja. Super. Ja, Diana könnte jetzt kaum diesen Ermittler ein. Mhm. Ne, das merkt sie gar nicht, dass da irgendein Baron machen könnte. Vor allem, da der Ramos hier gestorben ist, müssten die doch eigentlich davon ausgehen. Und dass der Z auf der Doppel... äh... Toplet war. MF, holst du ja jetzt? Ja, ich schwimme den schnell. Du sagst. Ihr seid ja alle auf einem Fleck gesammelt, obwohl da gar nichts gibt. Das ist irgendwie... Keine Ahnung, was ihr da alle macht. Ich hab mein... Ich hab den Jungle da gecleared. Mein Knights war auf Misfortune gemacht. Ja, bloß da. Äh, Ramos kommt. Ich hab ein Pink Ward gespottet und Shion. Komm, komm lieber zurück, wo sich Vogelt bot. Auch bei euch. Komm, mach mal eine Dauer. Ich denk. Ja, ich komm. Ich denk. Was ist doch, ne? Ja. Aber wenn ich jemanden zu mir ziehen würde, dann wärs gut. Ja. Okay, wir haben hier zwei Bot. Ja. Lass weg gehen. Ja. Nix ist gehen, nix ist gehen. Ne. Alles wunderbar. So können wir das Spiel sehen. Hier ist Dragon ab. Mhm. Ich hab jetzt mal ein Black Cleaver. Ich schwöre mir den schnell, bevor wir einen Dragon machen. Mhm. Jochen? Ja? Jetzt kommen sie. Ja, genau. Würde ich jetzt sagen. Unterwegs zwischen Drake. Danach machen die Botlane. Ja. Da muss kommt von hier. Ja, okay. Wir müssen Daryl noch ausnutzen. Ja. Dann noch Drake nehmen. Ja, nach Drake Botlane. Ja. Geh mal mit pushen, stopp, dann haben wir zu zweit. Was? Was? Ja. Ich wollte eigentlich, dass du mit Urge Bot gehst. Aber, Drake ist ja auch so schnell down. Gesehen, Diana hier? Achtung, Ramos kommt von da. Ja, Ramos kommt von da. Von Z. Boah. Ich hab' ich's auch mal gestankt. Jetzt nochmal quit. Ha, ha, ha. Stoppling könnten wir pushen. Ja, genau. In hip tower können wir mal. Ja, aber dann zusammen. Egal was aber zusammen. Bitte, endlich getrennt. Ja, nicht in hip tower. Nexus tower. Besser gehalten. Aber egal. Kommt ab, ja. 3 gegen 2. Abschneiden. Ja, lang haben wir's nicht mehr. Ja. Bei und Buff noch ausnutzen, lang's geht. Ich hab' noch 10 Sekunden, bis zu ulti. Kannst du ja nichts warten? Ich hab' 5 Sekunden ulti erst. Kannst du aufpassen. Kann den tower attacken. Alles gut. Und jetzt back. Oder? Jetzt back. Ich würd' keinen shoppen gehen, Schnell. Ja, dann. Wir haben im Team gerannt. Äh, Sion ulti. Ulti ab, ich geh' rein. Ja. Sehr schön. Ja, Lasseck. Oder? Ja. In half. Oder das Spiel beenden. Ja komm, lass' beenden. Oder? Schaff' mal das. Ja. Alle da. Alle da. Nur auf Kevin aufpassen. Ich hab' meinen Schild. Dann. Der Z kommt jetzt für mich. Oh fuck. Weißt du nicht, oder? Ach du nicht. Das ist die. Weitere mal, weitere mal. Top tower. Das ist die bot. Und jetzt finishen. Und finishen. Finishen. Nexus, Nexus. Ja, hüte du weiter. Hüte du weiter. Warte. Warte. Okay. Oh Gott, mach den. Ich bin echt nochmal gestorben. Ich bin echt. Ich bin echt. Aber ich bin echt. Ich bin echt. Ich bin echt. Du bist so alt. Und du bist.